Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Aber der Verdammte ist nicht vernichtet. Ewig nach Rache trachtend. Für den Verlust des einzigen Wesens, das er je geliebt hat. Ewig seine Seele vergiftend. Seinen Hass fächernd. Entschlossen, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Gnadenlos und unerbittlich. Bis seine Rache vollkommen ist. Es ist dein Schicksal, junger Drachentöter, die Dunkelheit aufzuhalten, die sich über Rivellon zusammenbrannt. Erinnere dich, junger Drachentöter. Einst vor langer Zeit kämpften wir Seite an Seite mit den Menschen gegen das Böse, das Damien war. Der Verdammte, dessen einziges Ziel es war, uns alle zu zerstören. Du bist auf dem Pfade des Schicksals, junger Drachentöter. Erinnere dich und folge deiner Bestimmung. Es ist das Schicksal, das dich zu mir bringt. Ich habe dich erwartet. Ich habe dich erwartet. Du kannst mich nicht besiegen, junger Drachentöter. Denn ich bin deine Bestimmung. So wie du die meine bist. Erinnere dich. Du bist ein Drachenritter. Halb Mensch, halb Drache. Der letzte deiner Art. Das Schicksal von Rivellon liegt in deinen Händen. Folge deiner Bestimmung.